Hallo, ich bin Mario Junghans von GEWA Music. Wir sind hier am Stand von Gretsch Drums USA auf der diesjährigen Musikmesse in Frankfurt und ich möchte gern die Neuheiten vorstellen. Zum einen haben wir hier ein wunderschönes Drumset der neuen Serie Reno & Walnut. Wir haben Mischkessel aus sechs Lagen, Walnut, Ahorn, Walnut, also Walnuss und Ahorn. Wir haben ungebohrte Bass Drums, wir haben standardmäßig Gussspannreifen auf Snare und Toms. Wir haben werkseitig Remo Ambassador Fälle. Das Set gibt es in zwei verschiedenen Konfigurationen. Zum einen mit 10x7er, 12x8er Rack Tom, 14x14er Floor Tom und 20x16 Zoll Bass Drum. Die andere Konfiguration würde die gleichen Rack Toms beinhalten, aber das 16x14er Floor Tom und 22x18er Bass Drum. Das Set gibt es in zwei verschiedenen Farben. Zum einen wie ihr es hier seht in diesem Gloss Natural und zum anderen in einem satinierten Finish mit einem Schwarzverlauf, also von Schwarz auf Natural. Sieht wirklich sehr schön aus. Das Walnussholz gibt einen sehr dunklen, warmen Ton. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Set. Wir werden die Sets vermutlich im September 2015 lieferbar haben. Der Preispunkt liegt ungefähr bei 2.000 Euro im Markt. Ja, okay, dann lass uns mal rüber gehen zu den Snairs. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.